Was geht ab, liebe Kampfsportfreunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NoTimeMMA. Es gibt Breaking News, die sehr viele auf der Welt, vor allem in der Boxwelt, schockieren könnten. Es gab auch schon ordentlich Gegenwind, denn der Sportverband USA Boxing hat etwas Geisteskrankes für die Entwicklung von Boxen enthüllt. Und zwar, dass sie ab jetzt erlauben, Transgenderfrauen anzutreten im offiziellen Boxring. Was ist USA Boxing eigentlich für ein Sportverband? USA Boxing ist der US-amerikanische Dachverband des Amateurboxens und ist Mitglied des Nationalen Olympischen Komitees der Vereinigten Staaten. Bis April 2023 war USA Boxing auch Mitglied des Weltverbandes IBA, um sich dann letztendlich dem neu gegründeten Weltverband World Boxing anzuschließen. Das ist wirklich eine verrückte Sache, dass USA Boxing jetzt hier Transgender wirklich erlaubt, im Boxen anzutreten. Gegen Frauen, gemäß einer neuen Transgender-Policy, die am August 2022 verfasst wurde und am 1. Januar 2024 offiziell, also morgen in Kraft treten soll, werden Transgender-Boxer konsequenten Tests unterzogen, müssen eine Reihe von Bedingungen erfüllen, die ihr auch hier sehen könnt, um zugelassen zu werden und zu bleiben. Ein Beispiel, ein biologischer Mann, der sich als Transgender-Frau identifiziert, muss sich einer geschlechtsangleichenden Operation unterzogen haben und in den zwei Jahren vor und während der Wettkämpfe einen Testosteronwert von weniger als 5 Nanomol pro Liter aufweisen. Umgekehrt muss sich eine biologische Frau, die sich als Transgender-Mann identifiziert, ebenfalls eine Operation unterzogen haben und in den letzten zwei Jahren vor und während der Wettkämpfe einen Testosteronwert von mehr als 10 Nanomol pro Liter aufweisen. Jeder Transgender-Boxer, der gegen die Richtlinien verstößt, wird vor ein Jahr vom Wettkampfbetrieb ausgeschlossen. Boxer unter 18 Jahren müssen jedoch in der Kategorie antreten, die ihrem biologischen Geschlecht halt entspricht. Erwachsene Boxer können jedoch in die Kategorie ihres bevorzugten Geschlechts wechseln, sofern die Anforderungen erfüllt werden. Der Zweck dieser Richtlinie, sagt USA-Boxing, ist es, Fairness und Sicherheit für alle Boxer zu gewährleisten. USA-Boxing steht aber ganz alleine da mit der Entscheidung. Beispielsweise WBC, also WBC-CEO Suleyman hat gesagt, dass das ganz klar und deutlich nicht das ist, was wir haben wollen. Er sagte nämlich, Mauricio Suleyman, es ist an der Zeit, dies zu tun und wir tun dies aus Gründen der Sicherheit und Inklusion. Wir sind führend bei den Regeln für das Frauenboxen. Die Gefahr, dass ein Mann gegen eine Frau kämpft, wird aufgrund der von uns eingeführten Regeln nicht bestehen. Suleyman fügte hinzu, dass Transgender, die sich als Frauen ausgeben, überwältigende körperliche Vorteile haben und daher nicht gegen gleichgeschlechtliche Frauen antreten dürfen. Im Boxsport darf ein Mann, der gegen eine Frau kämpft, niemals akzeptiert werden. Unabhängig von der Geschlechtsumwandlung, sagt er, es sollte hier keine Grauzone geben und wir wollen mit Transparenz und den richtigen Entscheidungen an die Sache herangehen. Transgender, die von Frau zu Mann oder von Mann zu Frau wechseln, werden niemals gegen ein anderes Geschlecht kämpfen dürfen, das von Geburt an ein anderes ist, sagt er hier. Ganz klar und deutliche Meinung. Ich bin gespannt auf eure. Schreibt es mir in die Kommentare, lasst ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal hier bei No Time in May.